So, wir fangen an mit dem Planetenspiel. Und zwar, da hinten, wenn ihr Richtung Tor schaut, ist unsere Raumbasis. Und hier sind ganz viele kleine Planeten in der Halle verteilt. Ihr seid kleine Raumschiffe und wollt alle Planeten einmal kurz besuchen. Habt nicht ganz so viel Sprit an Bord, das heißt, euer Sprit reicht immer nur für den Besuch von einem Planet. Hinten dürft ihr immer tanken. Da geht es los, ihr fliegt jeden Planeten einmal an. Fangt vielleicht hier vorne an oder auch da hinten, das ist egal, der Weg ist immer der gleiche. Und zum Planet, Raumbasis, alle Planeten anfliegen. Wenn ihr fertig seid, dürft ihr euch vorne aus der Raumbasis einen Ball nehmen, an die Seite gehen, zu einem der beiden Basketballkörbe und dürft ein bisschen den Basketballkorb bewerfen. Okay? Euch fliegt jeden Planeten einmal an. Du musst an jedem Planeten einmal gewesen sein, Janik. Immer, dann Benzin reißt nicht so weit. Immer einen Planeten anfliegen, zurück zur Raumbasis. Okay? Verstanden. Dann dürft ihr losfliegen. Oh, ich hab geklappt! Euer Christian. Ja? 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.